So So Jetzt brauche ich den so wie es sieht an so Gas Muss eigentlich funktionieren aber Rot auf Rot ist richtig runter so Gas runter Start zusammen Grün Zack Du wirst alle 4 Motoren gleichzeitig anlaufen und machen sie Wunderbar Hier Andreas kannst du schauen Einmal piepen lassen Jetzt kann ich auch zeigen wie er fliegt Ich glaube dass er es nicht oben jetzt verstellt hat Kann auch umschalten auf Orange Das ist Rot Nein Quatsch Falsche Rot Das leuchtet Rot Siehst das? Das leuchtet Rot Grün Das ist der Umschalter siehst das? Da ja Ja Grün So das ist Normalflug jetzt So Jetzt gehen wir da hinten hin Warte mal Warte mal Warte mal die Kamera ausrichten da hinten hin Warte mal Jetzt kann er sehen dass er nicht geflogen ist Das ist ganz einfach Hallo 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 Schade Hallo Hallo Tschö Hallo Tschö 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 Tö Tschö Vielen Dank.